Er hat Monika Stettler getötet. Ey, der König Salomore Fahles. Das ist nun schon der zweite Mord. Sie! Sie sollten sich selbst verhaften. Es handelt sich nicht um Mörder, sondern um Verrückte. Und die können jederzeit morden. Gesunde auf. Mein Geil. Wilhelm Lein, mein liebes, liebes Johann Wilhelm Lein. Ich habe drei Mörder gefunden, die ich mit gutem Gewissen nicht zu verhaften brauche. Ein Geständnis, Bibius. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nämlich auch nicht verrückt. Darf ich mich vorstellen? Nur im Irrenhaus sind wir frei. Nur im Irrenhaus dürfen wir denken. In der Freiheit sind unsere Gedanken Sprengstoff. Unsere Zukunft geht.